Ja, ich würde sagen, das ist mein Lebensmotto auch. Genieße die Gegenwart, denke an die Zukunft und vergesse die Vergangenheit nicht. Khalid Dukhali ist mein Name. Ich bin Produktmanager bei TÜV Nordzert. Der coolste Job ist, ich denke mal, wir erleben eine Ära der Globalisierung und ich bin mittendrin, das ist herrlich. Jeden Tag habe ich mit verschiedenen Kontinenten auf dieser Erde zu tun. Ich führe Telefonate auch in verschiedenen Sprachen. Ich bin auch unterwegs in der Welt, also für mich sind die Grenzen, verschwinden die Grenzen in meinem Kopf, da gibt es keine Grenzen. Und das ist, glaube ich, eine gute Sache, wo ich auch freue. Schwierig ist, man muss das auch mögen. Also, so viel unterwegs zu sein, das ist auch nicht jedes Mann Sache, nur man gewöhnt sich da. Also, das ist am Anfang natürlich, war für mich auch gewöhnungsbedürftig, würde ich das so bezeichnen, aber jetzt mittlerweile, ob ich nach Essen-Zentrum fahre oder nach Italien fliege, das ist für mich das Gleiche. TÜV Nord Z beschäftigt sich mit Zertifizierung von Management-Systemen, Produkt- und Personalzertifizierung. Ich bin Produktmanager innerhalb der TÜV Nord Z und ich betreue unsere Tochtergesellschaften weltweit in dem Bereich Integrationsmanagement-Systeme und betreue auch Großkunden und kümmere mich um die Einhaltung der Akkreditierungsvorgaben. Ich denke mal, ich bin eine Besonderheit innerhalb der TÜV Nord Z. Ich bin sowohl mit dem Kunden, was ich zu tun habe, sprich Angebote kalkulieren, Verträge abschließen, bis zur Betreuung von großen Aufträgen. Ja, Bearbeitung, ich passe auf, dass alles gut läuft. Ich bin auch Stellvertreter der Zertifizierungsstellenleitung und ich habe auch mehrere Fachleitungen und Stellvertreter der Fachleitung. Das heißt, ich muss darauf achten, dass unsere Akkreditierungsvorgaben eingehalten werden. Das ist die fachliche Seite. Und ich betreue auch unsere Tochtergesellschaften, das heißt, ich achte darauf. Typischer Bürotag bei mir ist erstmal E-Mails beantworten, Anfragen beantworten, sowohl von unseren Kunden als auch von meinen Kollegen weltweit in unserer Tochtergesellschaften. Führe ich auch viele Besprechungen, telefonisch, via Videokonferenz oder persönlich. Es ist abwechslungsreich, mein Arbeitstag im Büro. Ich bin in Fels, Marokko, geboren, 1970. Können Sie sich ausrechnen, wie alt ich bin? Ich habe dort auch Chemie und Physik studiert und 1994 bin ich nach Deutschland gekommen und mein Studium weiterzuführen. Das habe ich auch geschafft. 2001 habe ich mein Chemiestudium in der Ruhr-Uni Bochum zu Ende absolviert. Danach habe ich diversen Jobs gemacht, in dem Bereich Genehmigungsverfahren von chemischen Anlagen, auch mit Qualitäts- und Umweltmanagementsystemen bei verschiedenen Unternehmen zu tun. Im Jahr 2015 habe ich ein Praktikum bei der TÜV Nord Z in der Abteilung Internationale Zertifizierung angefangen. Dann wurde ich berufener Auditor für Qualitäts- und Umweltmanagementsysteme. Dann war ich stellvertretender Fachleiter der ISO 9001. Dann war ich Fachleiter für ISO TS 29001 und jetzt mittlerweile bin ich Stellvertreter der Zertifizierungsstellenleitung und Produktmanagement. Ja natürlich, ich habe jetzt Chemie studiert und ich bin tätig jetzt in dem Bereich Zertifizierung. Natürlich haben die fast gar nicht miteinander zu tun. Jeder kann eigentlich den Job machen, den ich zurzeit habe. Die Eigenschaften, das sind eher persönliche Eigenschaften. Ich denke mal, für mich Neugier und gewisse interkulturelle Kompetenz gehören auf jeden Fall zur Ausübung meiner Tätigkeit.